Jo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Flive Universe Video. Dieses Wochenende gibt es wieder neue Events und zwar einmal ein 20% XP Boost Event, also dass die ganze Zeit aktiv ist, am 23. Juli bis zum 24. 0 Uhr Serverzeit jeweils, also Start und Ende ist immer 0 Uhr. Geht immer genau 24 Stunden und ist quasi am Samstag einfach, also läuft schon, läuft jetzt noch ungefähr 10 Stunden oder so, wenn das Video kommt und das Secret Boost Event, das findet dann am 24. Juli um 0 Uhr statt und das ist quasi, man tötet Monster und hat bei jedem Monster die Chance, entweder ein 20% XP Boost für 5 Minuten, ich weiß nicht warum sie das mit 5 Minuten nicht dazu schreiben, vielleicht schämen sie sich selbst dafür, dass das Event zu grottenschlecht ist, aber ja für 5 Minuten hält dieser XP Boost, wenn man den droppt und die Dropprate genau das gleiche und ist nicht stackbar. Also, wenn es zweimal droppt, hält es trotzdem 5 Minuten, beziehungsweise wird die Wirkungsdauer wieder auf 5 Minuten zurückgesetzt und verlängert sich nicht um direkt 5 Minuten. Genau. Und ja, euch wird vielleicht auffallen, dass das genau die gleichen Events sind wie letzte Woche, 1 zu 1. Ja genau, das ist mir auch aufgefallen. Danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen und ja, ich hoffe mal der ein oder andere hat das jetzt hier noch gesehen, der noch nichts davon wusste. Viel Spaß beim Leveln und wir sehen uns im nächsten 5 Universe Video wieder. Bis dahin, ciao, ciao.